und damit willkommen zurück zu einem neuen part von super wario kart ist das pixel ich hier alles aber ich habe euch versprochen es kommt noch ein fünfter part und ja wir haben alle vier cups gespielt was fehlt jetzt natürlich der bette modus und da habe ich mir mal paar gedanken zu gemacht und ich dachte mal ich kann ja mal den retro einladen hallo ich bin überfordert er hat mich einfach so eingeladen hat mich gibt es natürlich zwinge ich dich natürlich zwinge ich dich ja und wir wollen heute zusammen dem bette modus spielen bei dem bette modus kann man nur zu zweit spielen und das zocken war das mit bei einer switch ist das möglich zu zweit zu spielen ohne dass man in einem haushalt ist an einer switch was mehr cool ist und betrachte situation auch besser ja ja da ja ja jetzt ist die frage jetzt musst du gucken wie du hier und die reinkommst also theoretisch müsstest du jetzt auch zwei player game die machen ich schon gerade bleiben bleiben richtig wir machen es kommen und dann muss ich gucken ob du eine partie für mich hast nein du hast auch nicht so was wir hier mit zurück spulen ich will nicht durch spulen warte starte eine partie auf ein freund warte hast du das schon gemacht ich habe auf zwei spieler gedrückt okay wir machen das mal anders du gehst jetzt in das spiel in die spiele auswahl rein die spiele spiel zurück zur spiele auswahl so wir sehen uns gleich wieder genau so dann sind wir jetzt die trotz geschenkt und nun da wählen wir zwei spiele aus und jetzt solltest du reinkommen unbedingt sollte man ihn sehen jetzt ist unten auch dieser balken ja gut ich weiß jetzt nicht wie ich das jetzt genau mache dann im nachhinein im schnitt so rietfeuer dem möchte mitspielen geht es meiner kontrolliert dass man die möglicherweise schwankt die verbindung stärker abhängig ja gut das können wir von hinterher so ja du brauchst mir nicht hier alles anzeigen wie ich mein pro controller zu bedienen habe so dann okay wir wollen im battle mode spiel richtig und ich übernehme das steuern so und ich spiele heute ja komm spielen wir die k junior ich bitte dich ein von entweder bowser koopa oder toad zu nehmen ich bin schon gefahren ich möchte wenigstens möglichst viele charaktere zeigen und dementsprechend musste jetzt ein charakter fahren den ich noch nicht gefahren bin da müssen wir die charakter auswahl noch mal von vorn machen weil ich jetzt festgesetzt wurde aber da nehme ich kuper nein komm ich mir raus drückt wie mal ein charakter aus wie man aber traurig aus okay bestätigen ja ja und jetzt gehen wir zurück darf ich nicht kurzer cut und da sind wir wieder nein 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 nicht ein spiel so zwei spieler war ist das ein schwieriger anfang aber ist egal so jetzt hier kannst dir einen von den dreien aussuchen ich spiele extra die k junior weil es den nur in diesem spiel hier gibt und also in diesem mario kart spiel daher nutzen wir den es gibt anscheinend vier bette kurs ist interessant und fangen wir mit den ersten an man kennt die schon aus den anderen mario karts ich bin aber ich bin wie das hier so gibt es keine computer gegner okay gut zu wissen ich bin oben aber wie fährt man dann aber b ja fährt man man macht alles hier mit b ja das kann ja jetzt was werden aber ich finde cool dass in super mario kart schon ein wettemodus existiert und das schöne ist ich kann auch genau sehen wo du bist nein meine rote aber wie setzt in den items ein mit a aha ja ich hab dich 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 okay das ist wirklich lange her ich hab's ja ich hab den bett und jetzt könnt ihr die zuschauer mal sehen wie es jetzt mit originaler grafik aussehen ganz schön ja und was weiß ich sagen ja retro der hat der hat ich habe ihm so erzählt wie oft ich gefällt bin und dass ich auch game over gegangen bin und so weiter und so fort und da meinte er acht das würde er locker schaffen alles ohne game over zu gehen er hat noch nie in die game over screen gesehen weil er es ja schon mal gespielt hat da bin ich mal gespannt wenn er es eines tausmal selber spielt wo ist er denn bei rot ist er irgendwo du sollst du weißt schon das darfst du nicht ne das darfst du nicht aber hier gibt es den buch interessant was hat das eigentlich mit diesem charakter spezifisch mit spezifischen item zu tun die habe ich nicht wirklich nicht aber klar war klar war klar hat die gründe da zuerst mal rot das ist so wirklich schön was soll ich mit einem blöden fehler ja toll nein du blöden roter preizt einfach ab das item krieg ich seh deinen stern ich seh deinen stern du sollst da nicht rübergucken ich stehe das einfach im haumwinkel warte ja weg hier weg hier weg hier nein nein ich bin in der fahrer als du locker ja oder nee na oh nee Oh, die zwei grünen sind zerstört Ja, es war klar Es war klar, Mann Ja, das war das erste Level Cup Kurs 1 Ja, weiter geht es Weiter geht es, äh, Change Kurs Ja, mein Fazit habt ihr ja Im letzten Part schon alles gehört, als wir Zeitfahren gespielt haben Ja, ich hab den Spezial Cup mit Zeitfahren gespielt Was? Ja, weil nur so konnte ich den Cup freischalten Außer halt, äh, eine andere Möglichkeit Ist natürlich Goldpokale holen in den gesamten Cups Aber nein, ich bin nicht krank Ich bin kein Japaner Nee? Nee, und dieser Kampfkurs ist mir gänzlich unbekannt Ja, der wurde auch noch nicht geremaked Interessant mal, einen neuen Kampfkurs zu sehen Wo auch immer du jetzt bist Oh? Hast du einen Fehler gehabt, oder was? Ja Ich dachte mir, ich setze die, äh, schnell mal ein, bevor deine Rote mich trifft Im richtigen Moment einen Stern bekommen So, jetzt schnapp ich mich dir Äh, schnapp ich mich dich Ach, wie auch immer Ich stabbe dich, so Also ich hab doch ein Item Hast du? Ein Stern war wirklich nur Glück Ja, der war wirklich lucky Ah, also Ich bin interessant, wie gut das hier funktioniert Also ich konnte mir Bette-Modus in Super Mario Kart bisher nicht vorstellen Ah, die Kuhle da Oh, was war geklappt Schon wieder eine Scheißfeder Was soll ich mit einer Feder? Ich wurde schon wieder getroffen Okay, jetzt Now or never Now or never Wie der, äh, denselbe Stand wie in der Zone Da hattest du auch erstmal nur ein Ein Ich, ich höre den Stern Da hattest du ja auch nur ein Ballon und ich stand drei Was? Ich hab den nicht getroffen Ja, hast du auch nicht Ich hab so Glück hier Ja, so richtig Glück hier Wann stirbst du endlich? Das bringt mir eine blöde Feder Hör mal Mehr Federn für dich Boah, bessere Item Ah, Panzer Wies nicht Widerliebende Banane Das ist meine Widerliebende Banane Oh, ich krieg mir Scheißfeder Wo ich mal hinter dir bin Oh, oh Dann nimmt er sich einfach das Item weg Mann, oh Mann Das wird hier knapp Bald sind ja kein Item für vorhanden Es gibt hier ein Buhu? Ja Aber der klaut noch gar nichts Nee Das tut er später Alles klar, er hat einen Stern Oh, er hat einen Stern Ja Warum hast du so ein Item lackiert? Alles klar, nicht klar Schön Wunderbar, so soll es doch sein So gut alte Zeiten Also Zeiten, ja gut, Zeiten, die ich nie erlebt habe Ja, für mich schon Sehr schön, 1 zu 1 steht es Nice Weiterhin das Echt? Ja Wenn B mal reagieren würde B, B, B Wird mal Start Oder A oder B Nee, will nix Ach, jetzt Ich hatte die Kontrolle Ich musste weitermachen Wie, du hast die Kontrolle Weiß nicht, jetzt hab ich die Kontrolle Betteguss 3 Ja Noch ein neuer Bett Nee, doch nicht Ich dachte Eis Oh ne, nicht Eis Ich hasse das Eis Was sagst du zu diesem komischen Eis? Generell, was ist deine Meinung zum Spiel? Super Mario Kart ist das ikonischste Mario Kart meiner Zeiten Es ist das Mario Kart, was so vieles definiert hat Aber doch so vieles noch anders hatte als ihre Nachfolger Es ist mein Hass Mario Kart Ich hasse es Ich finde es so unfair, wie die Gegner nicht von Items getroffen werden können Wie, wie die Gegner einfach durch Steinblöcke durchfahren können Auch durch diese Eiszapfen da auf der Strecke Finde ich auch richtig sehr, sehr unfair Äh, und das ist nur ein kleiner Teil Wie, du hast du wieder nicht getroffen? Nein, wohne ich nicht Ich bin jetzt der Computer Gegner Der durch alles durchfahren kann Ja Aber ich finde das halt Oh, ich hab nen Stern Selbst da kann ich durch Ah, cool Der Stern kann ich da durchfahren Da bin ich wirklich ein Computer Gegner Ja, ich seh doch deine Rote da Ja, jetzt musst du da auch mal wieder getroffen werden hier Aber was hältst du denn davon, dass die Gegner halt wirklich durch alles durchfahren können Das ist natürlich ein bisschen hart gewesen Hardcore Ich hab aber auch die Vermutung, dass es ein Bug war bei dir Weil, das davon habe ich jetzt das erste Mal gehört Ich weiß nicht Ich weiß Und was hältst du davon, dass die Gegner auch die ganze Zeit Items kriegen? Das ist natürlich ein bisschen OP, finde ich Und dass die auch ihre eigenen Gegner haben Das ist wirklich so viel Ja, hallo, jetzt habe ich mein Item deswegen nicht bekommen Wie findest du denn das eigentlich schon wieder hier? Das finde ich ganz gut Hast du Lacken? Nein! Was? Alles klar! Alles klar! 2 zu 1! Schön Change Kurs! Change Master hier! Game Master! Ende Kurs 4! Und das Ding, das haben wir auch in Mario Kart Art Alux Ja! Ah! So eine Zeit wird es für mich zu üben Nee, doch, doch, genau Doch Aber es gibt ja noch andere Bette Kurses Nee, es gab Auf dem SNES gab es 4 Stück Sind die dann von irgendeinem anderen Mario Kart Die ich noch kenne? Die in diesem gleichen Stil sind? Ja GBA Achso Habe ich auch noch nie gespielt Also von daher Ja Ja, natürlich hat er einen Stern Und den setzt er gleich ein? Okay Aber wenn ich jetzt auch einen Stern kriege, das wäre Premium Natürlich nicht Der Sounddruck ist... Oh Man kann nicht berührt, was war Das ist natürlich so ein bisschen so Eine sehr primitive Steuerung haben wir hier noch Ja Nein! Mann, das war mein lang geplanter Angriff Ach man, schmeißt die Items gar nicht nach hinten Sondern man legt sie einfach ab Ah, das ist sehr interessant Ja Achso, der kommt zurück Hi Verfolg mich ruhig mit deinem blöden Stern Ah, Mann Du gehst auf den Kopf Das hast du Das hast du, mein Freund Ah Da hinten fährt er Ich hab, krieg nur noch eine grüne Und du hast bestimmt schon deinen zweiten Stern jetzt hier gehabt Kriegst du jetzt in den dritten Nee, in den dritten Boah, ist das alles pixelig hier Das ist doch voll geil Naja Du bist ja eher der Retro-Typ von uns beiden Ja Ah Dieser Panzer Oh, noch ein Panzer Ich weg Ich weg Ich weg So, wo ist er? Wo ist er? Oh, endlich, endlich krieg ich auch mal ein gutes Item Ok, da haben wir uns bei nicht getroffen Ja, das ist auch schön Oh, nee Ja, also Mario Kart ist eigentlich eine coole Sache gewesen So mit ihren begrenzten Items Wo du wirklich begrenzte Items hattest Ich finde, so ein Monos sollte es dann echt auch wieder gehen Wenn ein Item weg ist, ist es weg So richtig radikal Ja Vielleicht so voll Ich habe sogar einen Pilz gehabt Ja, hatte ich Ich bezweifle, dass man hier Oh, das war übrigens schön Ich bezweifle, dass man hier eine Luftballons klauen kann Nee, kann man hier nicht Das ist das primitivste Mario Kart von primitiven Mario Kart In dem Sinne Aber es macht Spaß ohne Computergegner Das ist wirklich mal was Ohne Computergegner ist dieses Spiel super Meiner Meinung nach Ohohohoho Nein Mann Ohne Computergegner ist das Spiel schon komplett anders Gut, die Steuerung ist immer nur scheiße, aber Äh, ja Da, 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 da Wo? Weg hier Ah, hat er Lack gehabt Hat er aber Lack hier Skill Skill? Skill Echse So muss das doch sein So muss das sein Ja, dreh ruhig da nur um Dreh nur um, mein Freund Ja, ist es vorbei Sei froh Gibt es noch alte Felder? Da ist noch eins Ja, ich glaube, die ist vor noch immer wieder neu Nach einer Zeit Nach einer langer, langer Zeit Hier sind hau... Ah, es sind überall noch alte Felder Denkst du wohl? Das denke ich Da denkt er, dass er denkt Man Nicht mal das alte Ja Halt bloß an Halt bloß an Nein Da bist du dir Da bist du dir Ja So, Gleichberechtigung Mann, oh Mann Ist das hier spannend Ja, ich hab ne roter Aber du auch Natürlich Ist ja klar Wo bist du? Ja Ja Er war genau hinter mir Und ich hab's nicht gecheckt Oh, war das schön War das schön, meine lieben Freunde Und bitte Klick auf End Ja, das mach ich doch gerne Ja Wie kann ich selber die Kontrolle übernehmen? Ich weiß es nicht Also im Fall, weil ich verloren habe Hab ich die Kontrolle, natürlich, ne? Ja, gut Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen Dieses Let's Plays Ja, war ein sehr kurzes Let's Play Allerdings dachte ich Ja, mal Es muss auch mal wieder ein kurzes Let's Play Daher Und ein Mario Kart Das letzte Mario Kart, was wir Let's Played haben War Mario Kart Wie Custom Tracks Und Ja Morgen um 14 Uhr Startet dann gleich das nächste Projekt Freut euch darauf Und ich bedanke mich Fürs Einschalten dieses Projekts Und Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht Und vielen Dank bei Retro Dass du Heute auch nochmal Am Start warst Ja, das hat Spaß gemacht Ja, auf jeden Fall Und Also Dann Tschüss Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.